Hallo miteinander, ich bin Daniela vom Team von Filme für die Erde. Filme für die Erde ist eine Nachhaltigkeitsinitiative in Winterthur. Unser Ziel ist es, ausgewählte Umwelt-Dokus wie zum Beispiel den Film Home, die Oil Crash usw. unter die Leute zu bringen. Wir sind nämlich überzeugt, dass das Wissen von all diesen Filmen uns im Alltag helfen kann, ein bisschen nachhaltiger zu leben. Für unser aktuelles Pilotprojekt brauchen wir eure Hilfe. Wir möchten nämlich bis Ende Mai zehn Filmabende organisieren. Neu an diesem Projekt ist, dass nicht wir die Events organisieren, sondern wir möchten zehn Botschafter ausbilden, damit sie selbstständig können, einen spannenden Filmabend durchzuführen. Der Grundgedanke von diesem Pilotprojekt ist, dass zehn Botschafter mit zehn Filmmelbungen an zehn verschiedenen Orten viel mehr Leute erreichen können, dass ein guter Film also auf einfache Art und Weise eine viel grössere Wirkung haben kann. Wir brauchen also für die Idee Geld, um Botschafter auszubilden, um Filmrecht zu zählen, um DVDs auftreiben und auch unseren Arbeitsaufgang zu decken. Wir haben in den Filmabendungen den Film «Into Eternity» ausgesucht. Die Diskussion über die geplanten Atomendlagen in der Schweiz ist ja gerade im Moment wieder sehr präsent in den Medien. Und wir hatten das Gefühl, dass da noch ganz viele Sachen unklar sind. Der Film «Into Eternity» passt ganz gut in die aktuelle Diskussion. Er zeigt nämlich an einem Beispiel in Finnland, was für eine komplexe Sache der Bau von so einem Endlager ist und mit welchen konkreten Fragen sich unsere heutige Generation auseinandersetzen muss. Der Film hilft also, Wissen zu vermitteln und darum möchten wir so vielen Leuten es möglich zeigen. Insgesamt brauchen wir für unser Projekt 2500 Franken. Um euch ein bisschen lustig zu machen, zum Mitmachen haben wir uns sogenannte Goodies überlegt. Ab 20, 100 oder 500 Franken stehen euch jetzt zur Verfügung. Schaut mal rein, macht mit. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Merci vielmals. Vielen Dank.